Hallo Leute, ich bin Saphir2301, oder kurz gesagt Justin, und das ist mein Content. Wie man sieht, bin ich ein Nintendo Let's Player, aber ich kann auch gerne außerhalb Nintendo auch etwas versuchen. Und ja, wenn ihr mein Content feiert, könnt ihr mich gerne abonnieren, auch ein Like da lassen, wäre wunderbar. Ich bin auch an Social Media verfügbar, Twitter und Instagram, und ja, würde ich sagen, viel Spaß auf meinem Kanal.